Wie werde ich an der Börse erfolgreich? Ist die Börse wirklich riskant? Helfen dir die ganzen YouTube-Videos, Webinare, Podcasts wirklich an der Börse erfolgreich zu werden? Die Angst, alles zu verlieren, die Einsamkeit vor wichtigen Entscheidungen und das fehlende Wissen halten dich vom Erfolg an der Börse ab. Es geht nicht darum, riskante Börsengeschäfte zu tätigen, schnelles Geld zu verdienen, über Nacht Millionär zu werden und Investitionen nach Bauchgefühl zu betreiben. Hier geht es um deine Existenz, um ein Vermögen aufzubauen, finanziell für die Zukunft vorzusorgen, mehr Zeit für dich und deine Familie zu haben, darfst du beim Trading und Investment nicht improvisieren und dich von deinen Emotionen leiten lassen. Was du brauchst, ist ein klares System. Mein Name ist Nazila Jafari und ich habe dieses System entwickelt. Mit fast 30 Jahren Markterfahrung als hauptberuflicher Traderin und Investorin helfe ich dir dabei, systematisch profitabel an der Börse zu handeln, regelmäßiges Einkommen zu erzielen und dein Vermögen vor Krisen abzusichern. Die Börse ist eine Mischung von verschiedenen Momenten aus. Die Kunst ist, vorher zu wissen, welche Strategie für dich als nächstes Erfolg brinden wird. Hinterher zu wissen, dass Bayern Hut oder Trading nicht so richtig für dich war oder nicht funktioniert hat, kostet dich deine Existenz. Aus meiner Erfahrung, was jeder an der Börse braucht, sind genaue Vorgaben, eine klare Strategie, Handlungsanweisungen und Checklisten sowie Trainings, damit die richtigen Entscheidungen für die Finanzen getroffen werden können. Zusammen mit meinem Team von Börsenexperten sind wir die richtigen Ansprechpartner für institutionelle wie private Anleger, die sicheres und regelmäßiges Einkommen und Performance erzielen wollen. Gerade in aktueller Zeiten mit steigender Unsicherheit an den Märkten, hoher Inflation und geopolitischer Ausschreitungen ist es wichtig, richtig zu agieren und einen klaren Kopf zu bewahren. Wir haben in unserem Programm mindestens jeden Tag einen Live-Call, wo du Nasilla oder unserem Trader-Team am Live-Markt eine Frage stellen kannst und da sind wir jederzeit für dich erreichbar. Zusätzlich bieten wir auch Live-Events an, um gerade den Austausch in der Community und mit uns persönlich auch hochzuhalten und gemeinschaftlich an unseren Zielen zu arbeiten. Die Börse ist kein Casino, wo man einfach so rein- und rauslaufen und zufällige Gewinne erzielen kann. Hier geht es um präzise, berechenbare Bewegungen, die du im Vorfeld erkennen musst, um mit festem Regelwerk zu handeln. Ich habe mich vor allem auf große Trends spezialisiert und ich kann selbstbewusst behaupten, dass ich die Einzige bin, die den Markt präzise berechnet und mit klaren Musszielen im Vorfeld handelbar machen kann. Im Nachgang kann doch jeder. Nasillas System und sie als Coach sind einzigartig. Sie bringt ihr ganzes Wissen über Trading ans Licht. Unsere Mission ist es, Unternehmer, institutionelle Anleger, selbstständige und leitende Angestellte zu mehr Performance zu verhelfen. Wenn du systematisiert und profitabel an der Börse handelst, ein Vermögen aufbauen oder dein Vermögen absichern willst, dann melde dich heute noch unter fibonaccicode.de auf ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen gemeinsam, ob wir dir persönlich helfen können. Wir freuen uns auf dich. Auch du wirst begeistert sein, versprochen. Deine Nasilla Jafar Deine Nasilla Jafar Deine Nasilla Jafar Untertitelung des ZDF, 2020